So, das geht nicht mehr. Das ist gut. Also wenn jetzt den Startknopf, dann schaffe ich es nicht mehr los, oder? Und ich muss dann eigentlich klappen und dann geht es los. Moment, wo ist denn hier? Ja. Ja. Also, soll ich? Einfach locker und nicht mehr los. Ich muss ja einschalten hier. Soll ich? Ja. Ist gut. Soll ich jetzt zurück, das ist. Soll ich denn hier, den ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe ein Zoll. Ich glaube, ich habe ein Zoll. 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 Untertitelung des ZDF, 2020